In dieser Lektion zeige ich Ihnen, wie Sie mit der sogenannten Frequenzseparation arbeiten können. Das ist nun mal dann sinnvoll, wenn Sie zum Beispiel in einem Porträt feinste Details und großflächigere Bearbeitung durchführen möchten und das Ganze soll am Ende aber möglichst unsichtbar bleiben. Bei diesem Porträt hier, ich zoome mal ein bisschen rein, hier haben wir zwei Arten von Störungen, die ich gerne entfernen bzw. abmildern möchte. Das eine sind die Sommersprossen, die eher großflächig sind, mit so weichen Rändern zum Hautübergang und ich habe so kleine Details, wie diese Wimperntuschenreste, die hier überall so ein bisschen verstreut sind oder hier diese kleine Einblutung. Das sind eher kleine, stark abgegrenzte Details und es lohnt sich, hier mit der Frequenzseparation zu arbeiten, denn dann kann ich im Ergebnis diese Störung getrennt voneinander bearbeiten. Wenn Sie hier vorgehen möchten, ich werde erstmal die Ebene hier einmal mit Command J kopieren, damit wir nachher eine Vergleichsmöglichkeit haben. Das heißt hier die kopierte Ebene, mit dieser werde ich jetzt die Frequenzseparation durchführen. Das mache ich, indem ich hier auf Filter klicke und hier habe ich die Funktion Frequenzen trennen. Wenn ich die Funktion angewendet habe, dann bekomme ich so eine geteilte Darstellung. Das sind nachher meine unterschiedlichen Ebenen. Ich kann hier diesen Mittelbalken, den kann ich hier über das Bild bewegen, damit ich vergleichen kann, wie sich die Einstellungen hier auswirken. Hintergrund für diese Einstellung ist der, ich möchte auf einer Ebene die Sommersprossen bearbeiten und auf der anderen Ebene die Einblutung und die Wimperntuschenreste. Und man sieht im Grunde genommen hier sehr schön, wie die jeweiligen Störungen auf der einen Ebene gut sichtbar sind und auf der anderen Ebene fast gar nicht. Das heißt, diese Wimperntuschenreste, das sind diese kleinen Reste hier, die sehe ich links hier in dieser Hälfte. Das sind die hohen Frequenzen. Dann habe ich rechts, wo meine ganze Farbinformation ja auch ist. Das hier ist die Ebene für die Bearbeitung großflächigerer Störungen. Und ich kann jetzt hier mit dem Regler Radius die Ebenen so einstellen, dass ich im Grunde genommen die Störungen, die ich bearbeiten möchte, auf der jeweiligen Ebene gut sehe und die jeweils anderen Störungen möglichst gar nicht. Das heißt, hier spiele ich einfach ein bisschen mit den entsprechenden Einstellungen rum, bis ich die Einstellung gefunden habe, dass die jeweiligen Störungen auf der Ebene entsprechend gut sichtbar sind. Okay, dann klicke ich hier auf Anwenden. So, und jetzt habe ich hier meine beiden Ebenen. Die Hintergrundebene kann ich eben ausblenden. Und hier kann ich jetzt unterschiedlich bearbeiten. Wenn ich mir die niedrigen Frequenzen einblende, dann sehe ich hier, das ist die Ebene, wo ich nachher meine Sommersprossen bearbeiten werde. Und bei den hohen Frequenzen hier sehe ich, habe ich diese kleinen Details, wie die Wimperntusche und die Einblutung gut sichtbar. Und das werde ich hier bearbeiten. Das heißt, hiermit werde ich mal beginnen. Und ich zoome jetzt mal hier rein und nehme jetzt einfach ein Werkzeug, um Störungen zu entfernen. Ich nehme hier mal das Klonwerkzeug. Und werde das ein bisschen in der Größe anpassen. Bisschen kleiner, so auf 10 Pixel. Und gehe jetzt hier, setze mal einen Referenzpunkt und male einfach hier über die Störungen drüber. Dann gehe ich noch ein bisschen kleiner. Und werde jetzt hier einfach die Wimperntusche entfernen. Ich werde einfach hier gucken, dass ich da etwas vorhandene Wimper von einer anderen Stelle einfach mal drüber mal drüber mal. Das geht hier ganz gut. So, die Einblutung, die war auch hier. Ne, die hatte ich ja gerade schon. So, das heißt, hier habe ich noch eine Störung, die ich entfernen möchte. So, eins, zwei. Hier ist auch noch eine. Okay. So, dann zoome ich wieder ein bisschen raus. Und man sieht, hier sind die Störungen jetzt nicht mehr sichtbar. Dann blende ich mir die anderen niedrigen Frequenzen wieder ein. Und ich sehe, dass ich jetzt hier schon ein besseres Ergebnis habe. Wenn ich mir die beiden mal markiere, die Hintergrundebene wieder einblende und jetzt hier das Vorher-Nachher-Ergebnis mir anschaue, dann sieht man, habe ich die feinen Details eigentlich schon ganz gut bearbeitet. Okay. Machen wir jetzt weiter mit den niedrigen Frequenzen. Das heißt, hier möchte ich jetzt die großflächigeren Geschichten abarbeiten. Und ich möchte jetzt also die Sommersprossen hier entsprechend entfernen. Das kann ich jetzt auch mit dem Klon-Pinsel machen. Ich kann aber auch hier zum Beispiel den Restaurieren-Pinsel verwenden. Den mache ich mir mal wieder etwas größer. Und damit male ich dann hier einfach mal über die Störung drüber weg. Der Vorteil bei dieser Arbeitsweise ist, man sieht auf dieser Ebene, hier habe ich keine feinen Details. Das heißt, alles was ich hier jetzt mache, wird im Endergebnis keinen Einfluss darauf haben, auf die Hautstruktur. Das heißt, auf feine Details in meiner Haut. Da ich auf dieser Ebene tatsächlich jetzt nur diese großflächigen Störungen ohne feine Details bearbeiten kann. Jetzt gehe ich jetzt mal so ein bisschen zügig einfach durch. Okay, das soll hier für diese Bearbeitung einmal reichen. Und jetzt blende ich mir die hohen Frequenzen wieder ein. Und man sieht hier die feinen Details der Hautstruktur. Die sind nach wie vor vorhanden. Hier ist also nichts verwischt oder verschwommen, wie das häufiger mal passieren kann, wenn man das alles auf einer Ebene bearbeitet. Wir haben also eine sehr schöne Entfernung, aber unter gleichzeitiger Beibehaltung der feinen Hautstrukturen. Und wenn ich mir das jetzt hier wieder mit der Hintergrundebene vergleiche, dann sieht man hier, dass wir hier richtig großflächig arbeiten konnten, aber im Grunde genommen nach wie vor einen natürlichen Eindruck haben und die Bearbeitungen quasi nicht sichtbar sind, dadurch, dass wir hier unterschiedliche Störungen auf unterschiedlichen Ebenen bearbeiten und das wir weiterentwickeln konnten. Untertitelung. BR 2018